Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Mir fällt immer wieder auf, wie langsam meine Umwelt beim Denken vorgeht. Dabei ist es doch ebenso wichtig, schnell denken zu können, so wie es wichtig ist, richtig zu denken. Wenn Sie beispielsweise zu jenen Menschen gehören, die schon für die simpleste Additionsaufgabe, einen Taschenrechner oder eine Rechen-App brauchen, sollten Sie schleunigst etwas für Ihr Gedächtnis und für Ihre Denkleistung tun. Lassen Sie sich dabei helfen, von meinem Kurs Brainpower. Entdecken Sie, wie viel Spaß es machen kann, Ihr Gedächtnis zu wahren Top-Leistungen anzuregen und parallel dazu geistig mobiler und schneller zu werden. Die Übungen aus diesem Buch machen Sie im Handumdrehen zu einem mentalen Schlangenmenschen. Egal, welche Situation gerade auf Sie zukommt, Sie werden sie rasch analysieren und noch rascher die richtigen Schlüsse ziehen. Und damit sind Sie Ihrer Umwelt um etliche Nasenlängen voraus. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg! Bleiben Sie stark! Ihr Wolfgang gerade machen!